Ja, hi, Milo hier. In diesem kurzen Video möchte ich dir den Online-Gitarrenkurs Gitarre lernen in 4 Wochen von Georg Norberg vorstellen. Ich möchte meine Erfahrungen teilen, die ich damit gesammelt habe und dir jetzt erstmal den Mitgliederbereich vorstellen, dass du dir hier einen Eindruck machen kannst. Ich habe dir den Online-Gitarrenkurs in der Videobeschreibung verlinkt und fange mir einfach mal direkt an. Ja, also wie du bereits erkennen kannst, bin ich hier schon im Mitgliederbereich und hier oben findest du auch schon die Menüpunkte. Also es geht einmal um die Vorbereitung, es geht um die Akkorde. Ja, zum Beispiel hier die richtige Haltung, Gitarre stimmen und dann geht es auch noch weiter zu den Dur-Liedern, zu den Moll-Akkorden, zum Rhythmus und als letztes kommt dann das Transponieren und hier bei den Akkorden zum Beispiel geht es um den Spannungsbogen, um das Klangspiel, Akkorde setzen, hier geht es Amazing Grace, Winterlied, Moll-Klangspiel. Du kannst dir gerne mal auf Pause drücken und das Ganze mal anschauen. Also du wirst hier Schritt für Schritt durchgeführt und so kannst du dann am besten Gitarre lernen. Du kannst hier natürlich jederzeit wieder reinkommen. Und ja, ich gehe mal hier auf die richtige Haltung. Und ja, hier siehst du schon mal ein Video und es ist im Prinzip immer das Gleiche. Du bekommst ein Video, wo dir dann Georg Norberg was vorstellt und unterhalb des Videos findest du dann den Download-Bereich. Da kannst du dann das PDF-Material herunterladen oder das Video herunterladen, wie du möchtest. Und so ist es damit hoher Wahrscheinlichkeit möglich, sage ich mal, in vier Wochen Gitarre zu lernen. Und ja, was sind meine Erfahrungen damit? Was kann ich dazu sagen? Nun zum einen denke ich mal, mit dem Gitarrenkurs kannst du definitiv Gitarre lernen. Du bist hier wirklich Stück für Stück durchgeführt. Man merkt auch, dass Georg Norberg hier wirklich Erfahrung hat. Aber ich denke, mit dem Motto Gitarre lernen in vier Wochen hat er ein bisschen zu weit gegriffen. Also ich würde nicht sagen, dass es nicht möglich ist, in vier Wochen Gitarre zu lernen. Aber es ist einfach eine Aussage, wo ich denke, wie sind die vier Wochen bei dir? Tust du jeden Tag zwei Stunden üben? Tust du jeden Tag drei Stunden üben? Tust du jeden Tag fünf Stunden üben? Du weißt, glaube ich, worauf ich hinaus möchte. Aber ich kann dir aus eigener Erfahrung sagen, dass ich ungefähr um die 30 Minuten bis eine Stunde täglich investiert habe. Und so habe ich es dann wirklich in vier Wochen gepackt, dann flüssig Gitarre spielen zu lernen. Ich würde nicht behaupten, dass ich jetzt der beste Gitarrenspieler bin. Aber ich würde mal behaupten, ich bin definitiv fortgeschritten. Wenn du möchtest, kannst du dir den Kurs jetzt anschauen. Ich habe dir unterhalb des Videos den Link eingefügt. Da kommst du dann direkt zur Seite von Georg Norberg. Dort stelle ich Georg dann auch nochmal den Kurs vor. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank.